Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Kick-Off zu Alle gegen Thiele. Der 13. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga steht nun an. Und das mit den folgenden neuen Partien. Am Freitagabend empfängt Holstein Kiel Dynamo Dresden sowie Nürnberg Werder Bremen rein namentlich ein richtig geiles Duell. Samstagmittag dann Düsseldorf gegen Hannover, Paderborn gegen Ingolstadt sowie Regensburg gegen Hansa Rostock. Das Topspiel am Samstagabend, Free-TV im Wildpark, Karlsruhe gegen den Hamburger Sportverein. Und dann Sonntagmittag, St. Pauli gegen Sandhausen mit aktuell noch einem großen Fragezeichen. Aber Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, Freitagmittag findet die Partie statt. Wir reden gleich noch etwas genauer darüber. Ansonsten noch Aue gegen Heidenheim sowie Schalke gegen Darmstadt. Die neuen Spiele gibt es. Jetzt gibt es meine neuen Tipps für diesen Spieltag. Wenn es euch Ihnen gefällt, abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like da für mehr. Also, wir legen los mit Kiel gegen Dresden. Ein Duell zweier Teams, die im Tabellenkeller stehen. Holstein Kiel auf Platz 16 mit 11 Punkten. Ja, es läuft nicht so richtig rund. Der Trainerwechsel zu Rapp ist sicherlich ein guter, der auch durchaus Sinn ergibt für die langfristige Strategie. Aber aktuell heißt es einfach beißen, beißen, beißen. Nun geht es gegen Dynamo Dresden, die einen kleinen Abwärtstrend aktuell erleben. Man ist auf Platz 13 angekommen. Mit 13 Punkten ist es aber immer noch eine richtig gute Ausbeute. Trotzdem muss man aufpassen, nicht komplett unten reinzurutschen. Das wird aber auch erstmal nicht passieren, denn Kiel und Dresden trennen sich unentschieden. Am Ende gibt es ein 2 zu 2. Nürnberg gegen Bremen. Ein Duell, welches man vor 10 Jahren noch jedes Jahr in der Bundesliga zweimal bestaunen durfte. Ist jetzt leider ein Zweitliga-Duell. Sportlich haben sie das beide eben so verdient im negativen Sinne durch die letzten Jahre. Aber vielleicht sehen wir den einen oder anderen schon wieder bald in der Bundesliga. Zum Beispiel den 1. FC Nürnberg. Auf Platz 5 stehen, sind die Klubberer richtig gut drauf. 21 Punkte. Das ist eine wunderbare Ausbeute. Ich glaube, vieler Nürnberg unterschätzt. Sie machen aber eine grundsolide Arbeit. Auch die Taktik von Trainer Robert Klaus Funk sind noch einmal besser als in der letzten Saison. Sprich, alles im Lot. Es läuft richtig gut. Nun geht es gegen Bremen, wo man ja wirklich noch gucken muss, in welche Richtung geht denn nun die Reise bei Werder. Man weiß es aktuell noch nicht so genau. Letzte Woche gab es ja mal wieder ein Erfolgserlebnis für Werder. Das war ein wichtiges Spiel, wo man sicherlich auch Vertrauen schöpfen konnte. Denn es war ein Punktgewinn gegen St. Pauli. Nicht mehr, nicht weniger. Aber auf dem Papier steht erstmal Punktgewinn. Und der tat sicherlich gut gegen den Zweitliga-Ersten. Nun geht es nach Nürnberg. Es wird ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, der Klub wird sich durchsetzen. Es gibt einen 2 zu 1 Erfolg. Düsseldorf gegen Hannover. Zwei Teams, die sicherlich einige vielleicht auch, ja zumindest teilweise oben mit haben, spielen sehen. Und beide können noch nicht überzeugen. Der eine mehr, der andere weniger. Denn Düsseldorf auf Platz 11 fängt sich so langsam zumindest, auch wenn es letzte Woche einen Rückschlag in Rostock gab. Und Hannover ist halt eigentlich im Abstiegskampf. 12 Punkte aus 12 Spielen ist halt eine Quote für den Abstiegskampf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei 96. Denn die Unruhe wird nicht weniger. Düsseldorf gewinnt und das mit 3 zu 1. Paderborn gegen Ingolstadt ist Platz 4 gegen Platz 18. Sprich auf dem Papier an sich eine klare Nummer. Ingolstadt letzte Woche, ja wieder mal eine 0 zu 3 Pleite bekommen. Diesmal gegen Jan Regensburg. Paderborn hat ein wildes Spiel gehabt gegen KSC. Am Ende gab es einen 4 zu 2 Erfolg. Eigentlich sind die Anzeichen klar und ich glaube, das Ergebnis wird es auch sein. Paderborn gewinnt mit 2 zu 0. Regensburg gegen Rostock. Spannend auf jeden Fall. Denn der Jan überrascht und Hansa Rostock überrascht auch. Regensburg steht immer noch auf Platz 2. Wir haben 12 Spieltage rum. Das ist mehr als ein Drittel der Saison. Und Regensburg hält sich oben im Aufstiegsrennen. Einmal mal sowas von mit. Und man steht auf Platz 2. Ein Punkt hinter St. Pauli. Das ist eine Wahnsinns-Saison vom Jan. Nun geht es gegen Rostock. Der Aufsteiger auf Platz 12. 14 Punkte. Super Quote. Damit ist man vollkommen zufrieden. Letzte Woche den Sieg fallen können gegen die Fortuna. Diesmal gibt es aber eine Pleite. Der Jan setzt seine Serie fort. Regensburg gewinnt mit 1 zu 0. Topspielerwoche. Flutlicht im Wildparkstadion. Der KSC empfängt den HSV. Ein Duell, was man ja mittlerweile meistens schon alltäglich hat in Liga 2. Vor ein paar Jahren war es noch das Duell einer Relegation zur Bundesliga. Und nun haben wir es eben als Zweitliga-Topspiel. Karlsruhe und Hamburg befinden sich in einer gewissen Art und Weise im Tabellenmittelfeld der KSC auf Platz 9. Man ist ein bisschen abgerutscht durch die letzten Spieltage. Letzte Woche gab es auch, wie gesagt, die Pleite gegen Paderborn. Der HSV blickt so langsam wieder nach oben. Zwar letzte Woche wieder mal relativ enttäuscht gewesen nach dem 1 zu 1 gegen Kiel im Topspiel. Aber naja gut, es ist Platz 7. 19 Punkte mit einem Sieg. Könnte man gleich ziehen mit Schalke auf Platz 3. Und diesen Sieg wird es auch geben. Hamburg schlägt Karlsruhe mit 2 zu 1. So und jetzt kommen wir zum Sonntagmittag. St. Pauli gegen Sandhausen. Es gibt wohl 18 Corona-Fälle bei Sandhausen. Auch einige Spieler sind mit dabei. Ich glaube so um die 10. Sprich, es ist immer noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Timo Schulz, St. Paulis Trainer, hat vorhin auch auf der Pressekonferenz gesagt, wir bereiten uns auf dieses Spiel ganz normal vor. Also, aktuell findet dieses Spiel statt. Und wenn das Spiel stattfindet, gibt es auch natürlich einen Tipp von mir. Und ich glaube, der Spitzenreiter St. Pauli wird gegen den Intervallen 15 genauso weitermachen. Und sollte ja das Spiel stattfinden, darf man noch nicht verheimlichen, dass eben halt auch bei Sandhausen einige Spieler, wie auch Betreuer, fehlen werden. Ich denke mal, daran gibt es nichts mehr zu rütteln. Auch deswegen gewinnt St. Pauli aber knapp mit 3 zu 2. Aue haben wir noch gegen Heidenheim. Erzgebieger Aue auf Platz 17 stehen mit 8 Punkten. Ja, sie können nicht zufrieden sein. Ich denke mal, das ist klar. Letzte Woche gab es das Remis in Hannover. Das war ein Punktgewinn. Sicherlich hat man das auch so wahrgenommen, dass es ein gutes Spiel war, wo auf jeden Fall auch etwas mehr drin gewesen war. Aber natürlich ist das punktemäßig in Summe immer noch zu wenig. Es geht nun gegen Heidenheim, die ja auf Platz 8 stehen. Sie haben ihren Negativlauf stoppen können durch ein gutes Spiel, durch einen verdienten Sieg gegen Schalke. Ein 1 zu 0 Erfolg gab es ja zu Hause und daran will man anknüpfen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges, intensives Duell. Am Ende gibt es ein 1 zu 1 unentschieden. Letztes Spiel hier am Spieltag, hier in alle gegen Thiele, ist Schalke gegen Darmstadt. Gerade schon kurz angerissen. Schalke letzte Woche verloren. Ja, auswärts in Heidenheim. Es war ein relativ enttäuschendes Spiel. Spiel ernüchternd natürlich auch nach dem Pokal aus gegen 1860. Man sollte jetzt auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise eine Reaktion zeigen, auch um einfach gar keine Unruhe aufkommen zu lassen. Denn Schalke steht auf Platz 3. Da wünschen sich nach 10 oder nach 12 Spieltagen, wo wir besser gesagt jetzt schon stehen, einiger Absteiger auch schon hin. Und deswegen kann man auf jeden Fall tabellarisch zufrieden sein. Trotzdem muss fußballerisch natürlich noch mehr kommen. Und ausgerechnet jetzt geht es gegen, ja, ich würde schon fast sagen, das Team der Stunde. Darmstadt ist nämlich richtig gut drauf. Letzte Woche haben sie Nürnberg geschlagen. 2 zu 0 zu Hause. Und das gegen einen Klub aus Nürnberg, der bislang oder der bis dahin kein einziges Spiel verloren hat. Auch das unterstreicht noch einmal, wie stark Darmstadt einfach ist. Aktuell stehen sie auf Platz 6. Mit 20 Punkten sind sie nur 2 hinter Schalke, 5 hinter Regensburg, 6 hinter St. Pauli. Sprich im Aufstiegsrennen mit dabei. Ich freue mich auf ein wirklich sehr, sehr interessantes, intensives Duell. Glaube aber auch, dass Schalke überraschen wird. Und sie schlagen Darmstadt mit 2 zu 1. Also, das sind meine neuen Tipps des 2. Liga-Spieltags. Da haben wieder sicherlich einiges an wilden Tipps mit dabei. Aber so ist halt auch die 2. Liga komplett wild und sehr, sehr schwierig zu tippen. Sollten aber meine Tipps alle so aufgehen, was natürlich vollkommen wahrscheinlich ist, würde die Tabelle nach dem Spieltag genau so aussehen. Wir hätten an den Top 5 Rängen keine Änderungen. St. Pauli, Regensburg, Schalke, Paderborn und Nürnberg würden diese immer noch bekleiden. Natürlich logischerweise mit etwas mehr Punkten auf dem Konto. Hamburg würde Darmstadt überholen. Heidenheim bliebe auf Platz 8. Düsseldorf würde von Platz 11 einen guten Schritt machen. Auf Platz 9 damit den KSC und Werder hinter sich lassen. Bremen muss dann natürlich schon deutlich weiter nach unten gucken als nach oben. Also auch durchaus aufpassen. Dresden würde Rostock überholen. Kiel würde auf Platz 14 springen. Damit Hannover und Sandhausen hinter sich lassen. Sprich, auch bei Hannover würde die Unruhe sicherlich nochmal mehr. Und Aue und Ingolstadt blieben auf Platz 17 und 18. Und das wäre schon Brett für die beiden. Also, so sehen meine Tabelle aus. Eure Tipps könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.